Prozent Jo servus Leute zu einem weiteren Infovideo hier um da ein zwar ein bisschen kurzes Infovideo aber zu dieser späten Abendstunde ich muss mal wieder gleichzeitig spielen und reden das ist mal wieder mal wieder gar nichts ich glaube ich sollte wieder getrennt aufnehmen was bin ich denn ich muss mich erst verstecken und dann kann ich euch das Infovideo präsentieren Prozent ich bin hier gut so also Infovideo Thema ist wir haben vor jetzt hier für euch in der Weihnachtszeit ein kleines Abonnenten und Community Projekt zu machen mit euch und zwar ein paar Infos dazu und zwar möchten wir zusammen mit euch eine kleine Stadt aufbauen und zwar im also in der Winterlandschaft dass es auch schön winterig ist ne keine Ahnung wie sagt man da winterlich winterlich ah jetzt und ähm ja falls ihr da natürlich mitmachen wollt kein Problem schreibt es unten in die Kommentare dann und am besten noch euren Skype-Namen dazu dann äh machen wir einen Termin aus und dann nehmen wir zusammen auf auf jeden Fall ich bin so gut wie immer dabei und ähm noch ein kleines äh paar Infos dazu und zwar baut jeder so in ein zwei Folgen wir werden etwa so dann 20-30 Minuten etwa baut ihr euch dann so ein kleines schönes Häuschen in der Stadt und dann entsteht halt eine große Stadt zusammen mit euch natürlich und das natürlich schön in der Winterlandschaft was natürlich gut aussehen wird hoffe ich natürlich also so äh sind hier unsere Vorstellungen und es kann natürlich auch sein dass zwischendurch mal ein Video kommt wo niemand dabei ist das kann natürlich sein aber wir wollen natürlich immer mit euch aufnehmen das ist natürlich keine Frage und ja wir haben hier zwar jetzt noch 200 Sekunden aber das war es eigentlich schon von dem Infovideo ich rede trotzdem mal weiter und ähm also sowas wie Grundstücke also bestimmte Größe von Grundstücke oder so bestimmten Bereich von Grundstücken ja gibt es nicht ihr könnt völlig frei entscheiden äh wie groß ihr das machen wollt wo ihr es bauen wollt ihr könnt es ja natürlich ne das sag ich jetzt nicht auf jeden Fall wird es richtig geil ein bisschen davor planen müssen wir natürlich schon als mitbauen einen kleinen Marktplatz da auf und dann bauen wir einfach äh Häuser außenrum und dann wird es richtig geil also viele von uns werden dann auch ihre Häuser bauen und da kommt naaa ich bin ich bin Siegerscheiße ach man okay und das wird natürlich richtig cool und ich hoffe dass wir bis zum 24ten also bis Heiligabend eine richtig geile Stadt aufgebaut haben und das Projekt hoffen wir natürlich dass äh es natürlich nach dem äh einunddreißigsten noch weiter geht auch wenn dann Weihnachten vorbei ist aber wir hoffen dass es weiter geht das steht aber noch nicht fest das kommt drauf an ob der ähm wie es mit dem Serververtrag aussieht und alles und ja also die Server äh IP und alles das kriegt ihr natürlich dann äh von mir geschickt wenn ihr oder falls wir einen Termin gefunden haben es kann natürlich auch sein dass dann mehrere Abonnenten gleichzeitig bei der Aufnahme dabei sind das kann natürlich sein also so zwei drei Stück kein Problem und ich suche jetzt hier einfach noch mal ein paar Heiler denn es sind noch zwei übrig oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott und dann würde ich einfach mal sagen die wo interessiert sind und auch sehr gerne äh mitmachen wollt oh cool wir haben gewonnen schreibt es einfach unten in die Kommentare rein und dann ähm ja dann treten wir in Kontakt zueinander oder wir tauschen Skype-Kontakte aus oh und dann wird es auf jeden Fall ziemlich cool und dann verabschiede ich mich auch hiermit schon wieder bei diesem Infovideo irgendwie mag ich Infovideos das ist richtig cool aber ich glaube nächstes Mal mache ich wieder getrennt also Aufnahme und Spiel weil das geht einfach gar nicht weil da muss ich mich eigentlich aufs Spielen konzentrieren aber muss ich doch gleichzeitig vorher was sagen habe ich schon wieder alles vergessen oh mein Gott okay das wär's dann auf jeden Fall und dann sagen wir natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss schau 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 schau